Ja, ich hatte bereits gelesen, dass ihr Magier seid und wohl auch Nandos Geweihter und wohl auch ein Raya Akkulut. Ja, ja, das auch. Und dem Herrn Arves auch. Ein Arves Akkulut, also auch noch? Wo nehmt ihr all die Zeit her? Ihr seid ein wahrer Tausendsasser. Das ist gar kein Problem, wisst ihr? Wenn man sich die richtigen Götter raussucht, dann ist das mit dem Götterdienst nicht fair. Sagt bloß, ihr wollt doch noch nach Oduria segeln. Nee, ja, auch. Steht an, denke ich mir. Aber nicht sofort, sondern eigentlich wolltet ihr mir gerade von Krasnarkov erzählen. Ja, ja, lasst mich ausführen, lasst mich ausführen. Ich beginne ganz am Anfang. Ja, am besten noch davor. Ja, und während die anderen gerade an den Krähenstein vorbei, in der Herberge der Götigen Travia vorbei, zum Richtung grüner Turm laufen, wo es dann wohl Geheimpfade durch die Stadtmauer gibt, in Richtung des Pentagon-Tempels, könnt ihr dann auch noch Goswin hören, der so ein bisschen schluckt, das Blut sich von der Nase gestrichen hat, irgendwelche Säure- und Brandspuren auf seiner Haut. Wir müssen vorsichtig sein, wem wir vertrauen. Das waren Paios, Paios-Novizen, die mich dort überwältigt haben, mitten in der Stadt des Lichts. Ich weiß nicht, wem wir betrauen können. Kasim, guck zu ihm. Diese Verschwörung geht von Karfink aus. Ihr meint Alissa Karfink? Ich hab sie nur kurz kennengelernt. In der Tat. Sie ist vermutlich mit einer der Führungspersonen. Vorher wusstet ihr, dass ich hier unten stecke. Ich wusste nicht einmal selbst, wo ich bin. Nun ja, Bruder Travigor und ich haben Ermittlungen angestellt und waren... Ja, nun ja, wir waren in der Stadt des Lichts und haben dort mit der Inquisitorin gesprochen. Und mit dem Großinquisitor. Und als wir damit fertig waren, haben wir einen toten Briefkasten entdeckt. Und diese hat uns den Hinweis auf diesen Ort gegeben. Wie die anderen auf diesen Pfad gekommen sind, wissen wir nicht. Vermutlich auf anderem Wege. Seid zumindest bedankt, dass ihr mich rechtzeitig entdeckt hattet. Sie wollten mich umbringen. Sie sagten, dass sie meine Knochen zurück in die Tempel bringen wollen. Aber irgendein Ritual, ein finsteres Ritual, was wohl mit Rovima zu tun hat. Dank, dass ihr mich gerettet habt. Ich tue nur meine Pflicht. Ja, Kasim ist wachsam. Hat auch immer die Hand an seinem Gürtel, der im Prinzip aber nur so ein Handseil ist, das um die Hüfte geschlungen ist. Und schaut, auch wenn er mit ihm redet, meistens immer zuerst in irgendwelche Gassen. Er hat seine eigenen Erfahrungen mit dieser Stadt schon gemacht. Ja, Doriel ist immer so ein paar Schritte Abstand. Aber er scheint durchaus die Ohren zu spitzen, was da irgendwie gemurmelt wird. Irgendwas von einer Verschwörung. Das ist durchaus das, was ihn neugierig macht. Auch wenn er, naja, zumindest nicht so wie ein Pryos-Gläubiger wirkt. Außer dieses Pryos-Amulett oder diese Ansteckbrosche, die er an seinem Überwurf hat. Und er steht jetzt hier hinter dem Haus an so einer Mauer. Und hier war es doch irgendwo schon ein paar Jahre her. Aber ich glaube hier. Ja, 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 hier. Kommt, kommt. Dann sind wir bald da. Ihr schafft es, ja? Kasim guckt auf die Mauer. Und wie geht es jetzt weiter? Nein, hier. Ja, durch. Ja, du kannst sehen, wie da wohl ein Durchgang in der Mauer, ja, so ein kleiner Vorsprung ist. Und dann kann man sich durchschieben. Kennen wohl nur die wenigsten, so wie er verborgen hier ist, zwischen den Häuserwänden. Und wenn du dann durchblickst, wie da wohl Andoriel dir, ja, die Hand reicht, kannst du wohl auch sehen, wie auf der anderen Seite Tempelhöhe, die Halle der Ekstase liegt. Du siehst ja wohl noch ein paar Reihe geweiht oder so, die da wohl im Gras liegen und ja, die Sonne genießen. Ja, kannst du auf alle Fälle durchsteigen. Da müsste den Durchstieg auf jeden Fall verbergen. Ja, man gibt sich entsprechend Mühe, dass der gute Goswin von Wetter auch nicht sich noch weiter verletzt irgendwie. Und ja, also ihm deckt dann quasi hinten, während die anderen durchgehen und folgt dann. Ja, Andoriel reicht auf jeden Fall die Hand auch dem Verletzten, hilft ihm dahin durch, wenn er denn die Hand annimmt und die Hilfe annimmt. In dem Moment vielleicht auch einmal überprüfen, wie schlecht es ihm denn wirklich geht. Ja, dann würfel gerne mal eine Heilkunde-Wundenprobe oder auch Anatomie, wenn du magst. Müssen es ja nicht übertragen. Ja, seine Verletzungen sind oberflächlich, das auf alle Fälle. Seine Haut wurde wohl geschunden, irgendwelche Brandspuren von merkwürdigen Metallen, die da wohl auch auf seiner Haut zurückgeblieben sind. Einige Schnittwunden, die sind aber nur oberflächlich, genau kannst du es nicht sagen. Er sieht sehr bleich aus, das muss sich tatsächlich ein richtiger Heiler angucken, um dann herauszufinden, ob er vielleicht auch vergiftet wurde oder so etwas. Ich scheine zumindest nicht bald zu sterben, er wurde gefoltert, ja? Wir haben es bald geschafft. Der Sintetempel ist gleich hinter der Höhe, hinter dem nächsten Stadtviertel. Im Häuserblock dort. Wenn ihr hier folgt, dann kann ich vorlaufen und dem Tempel Bescheid sagen. Was meint ihr? Wir finden einen Sachbescheid. Ja, ich denke von hier aus finden wir den Tempel. Folgt einfach einmal hier über den Platz der Ekstase und dort hinten in die Gasse und dann einfach geradeaus. Das ist selbst für Fremde hier gut zu finden. Vielleicht komme ich euch schon mit einem Heiler entgegen. Sehr gut. Ja, dann lässt man den komischen nicht so ganz Elfen, zumindest vom Verhalten her, mal laufen und macht dann etwas langsamer, dass der Mann sich nicht überanstrengt. Ja, und während Andoriel vorläuft, die anderen ihnen dann folgen in Richtung des Pentagon-Tempels, kann wieder am Platz der Ekstase der alte Magister erkennen, wie dort Bandstrahler auftauchen, die mit ihren Schwertern, noch in einer Scheide gesteckt, den Platz einnehmen und dann diesen Kreis vergrößern, irgendwie Leute herumschubsen, fragen, was denn hier passiert ist. Und ja, so nach und nach dann eben diesen Platz absichern, dann auch teilweise in das Gebäude der schwarzen Sonne reinströmen. Am Platz der Ekstase, was? Am Platz, am Plickerplatz. Und so dann eben, ja, versuchen zu sichern, so wie du es eben alleine getan hast. Ja, und der Zauberer winkt auch vorhin, die sagt, die Herren Bandstrahler hier, hier in diesem Haus hat es sich zugetragen. Ja, hier drinnen. Am besten wartet ihr und sichert den Tatort nicht so lange, bis das Professionelle eintreffen, um den Tatort zu untersuchen. Tatsächlich könnte ich das auch machen, wenn es euch recht ist, die Herrschaften. Ihr wollt den Tatort sichern? Wer seid ihr überhaupt? Ihr habt ja eine Quagnone. Gehört jetzt irgendwie dazu? Ja, sagt der Zauberer, ich gehöre heute dazu. Also gut, dann kommt mal mal nach unten. Zeigt uns mal, was ihr da alles gefunden habt. Noch gar nichts? Ich habe bisher nur den Tatort abgesichert. Okay, und wer bist du? Klicken Sie zu Ronga. Das ist Ronga. Ronga arbeitet für mich, er ist auch dabei. Was? Nein, Scheiß, ich arbeite nicht für ihn da. Ich arbeite für den Baron Travigor. Wir haben die Aufgabe bekommen, das hier mal näher zu untersuchen. Einige unserer Leute sind noch da unten und kümmern sich um das, was wir zurückgelassen haben. Was wir da unten gefunden haben, war schrecklich. Ja, während du sprichst, kannst du wohl auch sehen, wie zwei weitere Geweihte auf dich zukommen. Ja, ein ziemlich älterer Herr, der da wohl auch mit seinem komischen Hut und diesem Überwurf dann in Gelb oder in Gold auf euch zukommt, so langsam nickt Pryos mit euch. Ich hatte gesehen, dass es Goswin war. Goswin von Wetterau, den ihr dort geborgen habt. Ist das korrekt? Er wird gerade zur Stadt des Lichts evakuiert. Oder jedenfalls in die Innenstadt, um dort medizinische Unterstützung zu erhalten, sagt der Zauberer. Nein. Dem müsst ihr euch keine Sorgen machen. Doch. War das falsch? Hätten wir ihn hier behalten sollen? Er war am Bluten. Ich kann es nicht glauben. Das ist tatsächlich er wahr, dass ich meinen alten Augen glauben kann. Spielt keine Rolle. Wir werden das jetzt absichern, bis die Experten hier sind. Also. Am besten sorgt ihr dafür, dass ein Perimeter von zwölf göttergefälligen Schritt zum Haus selbst eingehalten wird. Denkt auch an die Seitengasse. Denkt auch an den Hinterhof, sagt der Zauberer. Und geht wie selbstverständlich ins Haus rein. Und ihr seid nochmal der Mensch zu dem Alten, der ihm entgegengekommen ist, aus dem Hausinneren. Wer seid ihr? Äh, nee, nee. Nicht aus dem Hausinneren, sondern vom Platz dann auch herangetreten. Huldrich von Donnerhall, mein Name. Darum habe ich doch heute schon mal gehört. Wer seid ihr? Huldrich von Donnerhall. Hey, ich habe den Namen verstanden. Ich will nur wissen, wer ihr seid. Ich bin Pryos Geweiter. Direkt aus der Wildermark. Pryos Geweiter direkt aus der Wildermark. Alles klar, der Zauberer nickt. Ich gehöre zum Albuin. Albuin von Dregelsaum. Achso, der Zauberer nickt. Wer ist das? Der Sohn von Pryos. Natürlich, der Sohn von Pryos. Äh, die Herren von Pryos hat gar keinen Sohn. Dieser Mann hier, Huldrich von Donnerhall, muss auch draußen warten. Also da, wo ich rumgereist bin, nannte ich mal den Albuin, den Ketzer. Der Zauberer zockt mir den Schultern. Ahnung, aber wenn einer denkt, dass er der Sohn von Pryos ist, dann können seine Gefolgsleute ja nicht so helle sein. Ja, genau, der da, Huldrich von Donnerhall. Er muss auch draußen warten, Herr Bandstaller. Dankeschön, Dankeschön. Äh, Ronga, geht doch mal mit mir hinein und beschreibt mir mal den Tathergang und wir schauen uns hier mal um. Tut, was der Zauberer sagt. Du, äh, dieses, äh, das Band, was du trägst, das sagt doch, äh, was ihr tragst, äh, heißt es doch, ihr seid einer von der Helsindekirche, nicht wahr? Ne, also ja, aber, aber, ja, also das ist eine Schlange, das ist gut erkannt, aber, äh, die Priesterschaft des Herrn Nandos trägt das so. Ähm, also ich bin nicht geweihter der Herr in der Sinne, ich bin, äh, ich diene ihrem Sohn, klar. Worte nicht wissen, ich lehre und lerne gerne. Ja, und sobald sie hier dann drin sind und die Bandstrahler aus der Hörweide sind, guckt der Zauberer ihn gewichtig an und sagt, seht ihr, die wichtigste Sache im Umgang mit komplizierten Menschen, wie zum Beispiel Bandstrahlern, ist, dass niemals auch nur eine Sekunde ein Zweifel daran aufkommen darf, dass ihr genau wisst, was ihr tut. Ja, solange ihr immer nur entschlossen guckt in den Leuten, wirklich ruhig und entspannt erklärt, was sie genau zu tun haben, habt ihr immer die besten Karten, dass sie da genau das machen, was sie so am besten sollen. Also hier drin, was hier passiert, Herr Zauberer guckt sich. Das hab ich gemerkt, dass ihr das so macht, weil eigentlich habt ihr ja keine Ahnung, nicht wahr? Und wenn doch, dann, äh, wär das schon? Naja, ich bin zu Disputen hierher eingeladen worden, müsst ihr ja wissen. Und wie das so ist, wenn ich zu Disputen irgendwoher eingeladen werde, passieren sofort Dinge. Also, wisst ihr, das, was hier geschehen ist, ist ziemlich eigenartig und, äh, Magister kann, äh, Kasim kann euch sicher sein, kann ich mehr über diesen Hund erzählen, der muss auf jeden Fall von einem Dämonen besessen sein. Hier, hier runter, die Treppe runter. Ah ja, ja, mhm. Da oben haben wir uns gar nicht hingesehen. Vielleicht machen wir oben auch mal eine Sinsschärfeprobe und gucken uns mal ein bisschen um, ne? Ja, lass uns doch mal kurz hier, der Zauberer, ganz entspannt ein bisschen, geht so von Kommode zu Kommode, macht die Schubladen auf und Sachen, die in den Schubladen sind, relativ wahllos rausziehen und auf den Boden werfen, wenn sie ihm wenig interessant vorkommen. Und er wird einmal anfangen, von oben nach unten das Haus konsequent abzusuchen. Das hier ist aber jetzt nicht der Zeitpunkt zum Plündern. Nee, sagt der Zauberer und wirft nochmal so ein kleines Familienalbum hinter sich über die Schulter auf den Boden. Ich bin da auch nix, ich stecke ja nix an, ich werfe nur die Sachen weg, die uninteressant sind. Ja, ja gut, wie auch immer. Auf jeden Fall unten ist das Interessante, glaube ich zumindest, hier oben haben wir uns gar nicht umgeschaut. Wir sind direkt nach unten gegangen. Mehrere Kultisten, gleich ein halbes Dutzend, wir mussten sie alle niederstrecken. Sie haben sich uns entgegengeworfen und waren bereit, diesen Geweihten zu opfern in irgendeinem komischen Zeichen. Also wenn ich mir jetzt vorstelle von meinem mentalen Auge, wir gehen jetzt die Treppe runter, es ist ein dunkler, nasser Kerker mit feuchten Wänden, großen Steinwänden, Schimmelpilzen in der Ecke. Kerzen auf dem Boden, einen Beschwörungskreis und einem Opferaltar. Ja, so ähnlich. Ja, genau, genau. Und was ihr verstehen müsst, ist, dass die Kultführer, die solche Örtlichkeiten betreiben, normalerweise nicht in dieser Kerke leben, sondern die leben lieber gemütlich in einem Zimmer mit einem Bett, wo sie sich Notizen machen können und ihre Buchhaltung ordentlich halten können und sich nicht eine Lungenentzündung nach drei Tagen gefangen haben. Deswegen denke ich tatsächlich, dass der Kultraum im Keller wahrscheinlich der langweiligste Ort ist, an dem wir am wenigsten finden können. Aber hier im Obergeschoss, in den Wohnzimmern, in den Arbeitszimmern, in den Schlafzimmern haben wir vielleicht gute Chancen, darauf Hinweise zu finden, wer hier gewohnt hat, wer er war, mit wem er Kontakt hatte und was er vorhatte. Aber, wenn ihr insistiert, dass wir zuerst in den Keller gehen sollten, sagt der Zauberer, dann gehe ich zuerst mit euch in den Keller. Was ich, Inis, Inis, was weiß ich, hier gar nichts. Ich weiß auch nicht genau, was man hier machen soll, aber unsere Aufgabe war, das genauer zu untersuchen, zumindest die Aufgabe des Barons. Und das Problem, was ich momentan habe, ist, dass ich keine Ahnung habe, wo Travigor hin ist. Ich weiß nicht, wo der Baron ist und ich bin ihm verpflichtet. Warte, euch keine Sorge, der Mann, der mir verpflichtet ist, dem ich Geld bezahlt habe, der ist, glaube ich, mit eurem Baron unterwegs und mit dem blutenden Wetteraura. Nein, das ist nicht unser Baron. Das war nicht unser Baron. Na, Seferi, während du gerade die Schublade von dem Schreibtisch aufziehst, stellst da wohl noch irgendwelche Bilder von dem Bürgermeister und einer anderen Frau, sie ist da wohl irgendwie noch stehen und ziehst da gerade eine Schublade auf, kannst du sehen, so wie ein kleines Koschpa-Salt-Kistchen mit verschiedensten Ketten drumherum und einer zum gekratzten Pryos-Gelüfe drauf. Nicht öffnen. Ja, nicht öffnen steht da drauf. Steht drauf, ja. Ja, seht ihr, was da draufsteht? Da steht nicht öffnen drauf. Und weil wir gewissenhafte Abenteurer sind, wisst ihr, was wir tun werden? Also, wenn ihr mir sagt, da steht da nicht öffnen drauf, dann glaube ich euch, aber ich kann nicht lesen. Genau, sagt der Zauberer. Wir öffnen das nicht. Wir lassen die Ketten zu und wir nehmen das. Wir bringen es... Aufmachen, aufmachen. Achso, nein. Nee, Entschuldigung. Ja, der Zauberer nicht. Nein, also, wir, äh, ihr, nehmt das in die Hand und ihr passt darauf auf. Ich werde weitersuchen. Wenn ihr anfangt, flüsternde Stimmen in eurem Ohr zu hören, gebt ihnen nicht nach, lasst das Ding zu. Redet mit mir, ja, redet einfach mit mir die ganze Zeit. Zum Beispiel, hier, komm, Bürgermeister und seine Tochter. Nein, ich nehme hier nichts in die Hand. Achso, dann stellen wir es hier hin. Hört mir mal zu. Ihr könnt euch hier umschauen, so viel ihr wollt. Draußen stehen wohl die Bandstrahle oder was auch immer. Die werden kommen. Hier wird hoffentlich niemand reingelassen. Und wenn die beiden von oben hier hochkommen, werden sie euch sicherlich auch noch was erklären können. Aber ich kann hier nicht einfach wache stehen oder mich umschauen, während ich nicht weiß, wo, äh, Travigor ist. Zauberer, nicht verständnisvoll. Kann ich absolut verstehen. In dem Fall, Reisende soll man nicht aufhalten. Ich danke euch für euren Dienst. Äh, habt ihr noch Geld zu bekommen, fragt ihr? Seid ihr für irgendwas angeheuert worden, wofür euch noch eure Bezahlung aussteht? Äh, ähm, also willst, wollt ihr mich jetzt bezahlen oder wie darf ich das verstehen? Ja, ich will mich nur anbieten, seht ihr. Ich verstehe mich als, als Teil des Metakomplexes Kirchenstruktur. Insofern fühle ich mich mitverantwortlich für alle Tätigkeiten, die von irgendeiner Teilkirche des Zwölfgötterkultes ausgeübt werden. Und wenn es so wäre, dass ihr noch Geld zu bekommen hättet, wäre es mir eine Freude, diese Schulden bei euch zu begleichen. Damit ihr guten Gewissens, äh, und ohne, dass ihr eurem Geld hinterherlaufen müsst, eurer Wege ziehen könnt. Also, wenn, wenn das so ist, ich hatte Umkosten von 30 Dukaten. 30 Dukaten. Ja, richtig. Ähm. Ich musste mir auf die Schnelle ein Schwert kaufen, sonst hätte ich hier diesen Dämonen und die Kultisten alle gar nicht niederringen können. Ihr musstet euch auf die Schnelle ein Schwert kaufen, warum das denn? Weil der Baron mein Schwert hat. Noch ein Grund, weshalb ich ihm hinterher muss. Das hört sich für mich nicht so an, als ob das Schwert tatsächlich eine Ausgabe ist, deren Auslage die Kirche euch erstatten sollte, sagt der Zauberer. Ah ja, stellt sich raus, das kann ich euch zahlen. Ja gut, dann, äh, hier, ich hab hier zwei Wechselscheine für jeweils zehn. Ähm, und dann, hier kann ich euch noch zehn in einzelnen Münzen geben. So, äh, zehn und zehn in Scheinen und dann eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs, sieben, acht, neun, zehn. Alles klar, 30 gestrichen. So, ja, ähm, dann, äh, Ronga, äh, ich will euch noch eins mit auf den Weg geben. Als ich ein kleiner Junge war, da war im Huras-Reich eine Kampagne am Laufen. Es ging dabei um einen, um einen, äh, Lageristenarbeiter, der dabei war, etwas einzuräumen und dann einen Fass mit Wein umgeworfen hatte. Und der Chef war ganz schrecklich erzürnt. Dann am Ende ging es aber um, äh, um das Alpha-Telefon Nandus. Ja, gebt euch nicht auf, lernt lesen und schreiben. Äh, nein, das, das versucht, äh, im Meister-Kazim ja auch schon mal wieder beizubringen, aber, äh, ich habe ja Leute dabei, die lesen können. Ja, das, äh, muss ich nicht lernen. Äh, Ronga, wenn ihr auf dem Weg nach Hause seid, nehmt doch eure Freunde aus dem Keller mit, ja. Sorgt dafür, dass die mit den Bandschrillern keinen Ärger bekommen. Am besten zur Hintertür und die Seitengasse links daraus und dann, ähm, dann übernehme ich hier. Ja, und danke für die Münzen, also, das hätte ich jetzt nicht erwartet, aber schön, dass ich die noch irgendwie wiederkomme. Und was ich mit diesen Schreiben hier anfange, werde ich wohl auch noch herausfinden. Mit dem, das ist ein Wechsel, sagt der Zauber. Das ist, äh, damit geht ihr zur Bank und die geben euch, für diesen Zettelpapier geben die euch Münzen. Was? Ja. Die sind so dumm. Ja, der Zauberer lacht. Das sind sie auf jeden Fall. Alter, äh, die Götter mit euch. Möge der Herr Arbes euch, äh, mit seinem bunten Gefieder den Weg auf jeder Straße erleuchten, auf das euch kein Unrecht geschieht. Danke, und mega Preis, euch helfen, hier Licht ins Dunkle zu bringen. Und, äh, sobald, äh, ihr solltet zu dem Tempel stoßen. Ich glaube, so ein Pentagon-Tempel hat, äh, Meister Kazim und der gute Falk den Verletzten hingebracht. Die können euch über alles aufklären, was wir bisher herausgefunden haben. Das ist dunkel. Solltet ihr auf was einstellen. Hat vieles mit Dämonen zu tun. Sorgt euch nicht. Ich will mein Bestmögliches tun, sagt der Zauberer. Ja, äh, Ronga nickt dir noch einmal zu. Äh, reicht dir die, äh, schwielige, große, blutverschmierte Hand. Ja, der Zauberer schlägt ein und hat einen so laschen Hände Griff. Äh, Ronga hat wahrscheinlich schon fünfjährige gekannt, die fest dazu packen konnten. Äh, das bringt noch ein müdes Lächeln über sein Gesicht. Und so dreht er dir den Rücken zu und verabschiedet sich. Aber nicht ohne die, äh, zwei Gefährten aus dem Keller noch mitzunehmen, um sich auf die Suche nach Baron Travigor zu machen. So, scheiden sich unsere Wege. Aber mir, vor dir liegt die mit Schweineblut, äh, getränkte dunkle Pforte. Du hast gesehen, wie die Kaschra-Steine und die Sangurit-Steine aufgeladen worden sind und, äh, merkwürdige Symbole wurden eingestellt. Deine Kameraden sind bereits vor dir in das warbete Grau-Portal eingetreten. Jetzt bist du wohl der Letzte, der folgen soll. Nun, da will ich wohl meine Kameraden nicht warten lassen. Ich winkte dem, dem Magister zu, der mich hier runtergeführt hat. Wir sehen uns bestimmt bald wieder. Und schreit er durch die graue, graue, den grauen Limmusdurchgang. Ja, du verlierst direkt die Orientierung. Die Luft wird dir aus deinen Lungen gedrückt, aber du musst gar nicht atmen. Ähm, ein Guardianum brauchst du wohl nicht, auch wenn du schon das ein oder andere Mal hier gewesen bist. Eine Pforte soll sicher sein, sagte man dir. Wohl aber auch bei jedem zweiten Mal nicht funktionieren. Du hast nicht genau verstanden, warum. Und, äh, die Gespräche mit anderen Leuten waren interessanter als mit diesem Spherologen. Und, äh, so kannst du versuchen, den anderen zu folgen. Die Orientierung fehlt dir immer noch. Gehst und gehst und schwebst und fliegst und schwimmst, als du plötzlich erkennen kannst, wie dort eine Holztür neben dir vorbeifliegt. Nun, aus meiner Erinnerung, Wollmiger sagt ja, ich solle keine Türen öffnen im Limmus. Es fragt mich natürlich, ob man die Türen auch in Limmus Tunnel öffnen darf. Ich berufe mal auf Neugier. Tu das. Oh ja, ich öffne die Tür. Ja, von Amarzeroth geküsst, äh, überlegst du kurz. Es muss ja sicher sein, auch wenn du keinen eigenen Guardianum hast. Äh, aber, naja, hier sind Erzmagier am Werk und, äh, so trittst du dann die Tür heran. Äh, auch wenn es keinen Türrahmen oder so etwas gibt. Du, du trittst einfach heraus aus diesem, ja, aus dieser Strömung und wirst plötzlich herumgewirbelt. Du hast immer noch diesen Türgriff in der Hand, äh, stößt dagegen, die Tür schwingt auf und, äh, dann verlierst du wieder einmal die Luft. Du schlägst hart auf. 1W20 Ausdauerschaden. Okay. Okay, hab ich eingetragen. Ja, äh, du schlägst hart auf, äh, dein Kopf tut weh, äh, hast dich wohl irgendwie gestoßen, deine Stirn blutet ein bisschen. Und, äh, wenn du nach oben kommst, kannst du wohl erkennen, du siehst grüne Draconiter, die vor dir, äh, aufragen, die dich drohend anblicken, was tut dir hier, Schwarzmagier? Weil, Satina Schuppen, wo bin ich hier? Was tut ihr hier? Das frag ich mich auch. Erklärt euch, wer seid ihr und was wollt ihr hier? Sonst nehmen wir euch fest im Namen von Esinda. Nun, lasst dich erst mal einmal aufstehen. Ich würde aufstehen, mir die Kleidung abklopfen. Keine falsche Bewegung, wenn ihr zaubert, wissen wir das. Ach, ihr seid viel zu leicht, glaub ich. Mein Name ist Abelmir Jamorenes und mit wem hab ich die Ehre? Draconiter. Pentagon-Tempel. Gareth. Oh. Nun, dann bin ich wohl etwas vom Kurs abgekommen, wie man so schön sagt. Seid ihr transversalisiert? Nein. Seid ihr vertraut mit Limbus-Reisen? Nein, vermutlich nicht. Ihr seid vermutlich mehr vertraut mit euren Schwertern. Wir haben dazu Bücher gelesen. Ja, habt ihr sie auch verstanden? Was tut ihr jetzt hier? Das war ein Versehen. Nun, ich öffte da eine Pforte in einem Limbus-Tunnel, den ich eigentlich wieder zurück nach Kuntchum bringen sollte. Nach Kuntchum? Wo seid ihr denn gestartet? In Kuntchum, im Institut der Arkanen-Analysen. Und ihr meint, dass man über den halben Kontinent reisen sollte? Vielleicht wollt ihr jemand herbeirufen, der Ahnung von Limbus-Reisen hat. Keine Sorge, ihr seid festgenommen. Schon wieder. Gehen wir nach oben. Na Gott. Ja, geht voran. Ja, so wirst du nach oben geführt. Die Wendeltreppe nach oben. Du bist wohl tatsächlich im Keller rausgekommen. Du bist dir nicht ganz sicher. Warst du schon mal hier? Ich wollte mich vorhin umschauen, wo der Obstlake, keine Ahnung, einen Ursprung gibt. Oder Tor? Nee, du bist direkt auf den Treppenstufen aufgeschlagen. Interessant. Und wenn du dann die Hände auf den Rücken gefesselt nach oben geführt wirst, kannst du sehen, wie der Rest der Anwesenden hier im Pentagon-Tempel so ein bisschen merkwürdig dich betrachtet. Wie du hier festgenommen mit einer blutenden Platzwunde auf der Stirn von Draconitern abgeführt wirst. Und kannst dann sehen, wie sie dich dann wohl zu dem obersten Hisinde-Geweihten bringen. Weil Na Yitzkok, der dir aber zum Glück bekannt ist, sitzt da wohl gerade in der Studierstube, hat ein Buch aufgeschlagen und blickt dann von seinem Okulus auf dich. Ah, euer Hochwürde, Yitzkok, ist schöner wie er zu treffen. Aber irgendwie, seid ihr es? Natürlich bin ich das. Euer Augenbild immer schlechter. Er sagt, könnt ihr dafür sorgen, dass mir die Hände befreit werden? Nun, verzeiht, verzeiht, lasst ihn los. Das muss ein Missverständnis sein. Habt ihr rebelliert im Tempel, oder? Nein, ich habe davon gar nichts gehört. Eine lange Geschichte. Nun, nachschuldig. Du hast doch gar nicht angekündigt. Nein, er ist eine längere Geschichte. Seid ihr euch sicher, mein Herr? Ja, ja, er ist armlos, er ist armlos, auch wenn er ein Schwarzmagier ist. Ich kannte ihn schon, da war er noch in der grauen Gilde. Ach, viel besser. Nun, treut euch. Pass auf, wie du mit uns redest. Auch wenn du den Großmeister kennst. Ich würde, ich weiß, gibt es da so einen Dessel oder Stuhl da nehmen. Ja, selbstverständlich. Ich würde mich einfach selbstverständlich neben ihm setzen. Nun, ich reise in einem Limus-Tunnel von Kozlik nach Kunschirm. Oh, eine interessante Geschichte. In der Tat. Nun, mir wurde zwar gesagt, ich soll im Limus keinen, keine Türen öffnen, aber nun ja, in einem Limus-Tunnel, was sollte schon passieren? Nun, als ich diese Tür öffnete, euch durchschritte, dann landete ich hier, interessanterweise. Nun, das, schön zu hören. Dann werde ich euch uns einfach einen Tee aufsetzen lassen und dann berichtet mir einfach am besten die ganze Geschichte. Wie geht es übrigens eurem Neffen und Isarun? Oh, sehr gut, sehr gut. Äh, zumindest, ähm, Isarun geht es, ausgezeichnet. Und ich hoffe, eurem Neffen auch. Er ist unterwegs, er ist unterwegs. Ach ja. Immer auf Reise. Und ich hoffe, es hilft, es heilt die göttliche Kraft!